hallo liebe internetfreunde herzlich willkommen zu einer weiteren folge so ich habe keine leute ich muss zelte setzen ich lasse mal ein bisschen freiraum zum durchlaufen da geht schon wieder nichts wenn ich hier ein fischer setze kann ich hier irgendwo noch ein fischer setzen nein es geht nicht schade also kriegt er hier in art betitlichen 14 erplatz 16 das ist noch viel besser auch mal ich muss schon das ist schon das dritte mal dass ich andere macht 16 erplatz das ist cool gibt so nicht irgendwann habe ich mal mit den fischern oder da ist 16 erplatz so und jetzt können wir gucken da haben wir noch ein 14 erplatz sparen und es wird nach oben gearbeitet ich will machen wir finden worker ok muss warten bis die hier fertig sind genau hier war was so hier sind vorkommen das ist ja die wahre pracht ok ich habe ich gesehen arbeiter sind fertig und dann geht es schwer nach oben und das hinterland hier könnte man auch mal schließen und hier weiter aufdecken ah wir haben besucher da ist zu ok das ist gut zu wissen zurück zum turm das heißt wenn ich hier dicht mache ist das hier alles zu bis hier da ist noch offen geld geld ist das problem ok was 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 der ist tot hier naja so gut wie mich So, den hat er getötet. Hier haben wir festgestellt, da ist kein Zugang. Das heißt hier... Aber das ist eine breite Fläche, ne? Das ist eine richtig breite Fläche. Wir gucken mal, was hier oben geht. Oh, wie geil. Rohstoffe. Oh, hier ist zu. Nice. Oh. Okay, ihr seid am Laufen. Dafür habe ich Verständnis. Oh, hier ist auch zu. Ich muss da hoch. Da oben abschließen, das ist ja super. Erstmal da rein. Das ist ja genial. Das ist ja genial. Das ist alles mir. Alles meins. Ich kann hier dicht machen, hier hinter groß. Naja, das stört jetzt ein bisschen zur Verteidigung. Das ist ein Nadelöhr. Perfekt. Perfekt zum Verteidigen. Oh, wie geil ist das denn? Und hier haben wir Eisen. Hier haben wir alles. Da geht gerade mein Herz auf. Das ist sehr cool. Ähm, ich hätte gerne jetzt eine Forschung. Zehn Worker. Und 40 Wood. 40 Wood ist kein Problem. Die Worker sind ein Problem. 2, 4, 6, 8. Ja, das passt. Dann nehmen wir die noch mit. Läuft. In den Workshop, den können wir hier irgendwo reinwerfen. Das ist ja geil. Hier dicht machen dann. Sehr cool. Any orders? Attention. Building completed. So, da ist dann auch der Feierabend. Energie. What? So, vor allem durchblick. Habe ich nirgendwo ne Lücke? Nein, alles gut. Das wird cool. Es fehlen doch Workers. Sie versuchen in die Gebäude zu spüren. Ja, alles gut. Was that too pittin? This better be good. Not your service. Da ist alles abgeschlossen. Der Wood Workshop. Ist hier genau richtig. Da geht er keinem auf die Nüsse und stirbt nicht. Ich muss aber irgendwie mal an Eisen rankommen bei Gelegenheit. Steinproduktion ist gerade auch mal mau. Diest thing? Ich bin möchtet... Tell me. Great ideas, sir. You again. Gotcha. Ready and waiting. Commander, let's go. Okay. Understood. Yes, Nyx. Is everything okay? Attention. Building completed. On your orders. You are gonna pay me for this, right? Understood. Alright. What do you want now? Great. Okay. Commander. Attention. Building completed. Great. We can go. Let's go. We can go. Okay. Let's go. Da. Die sind aber echt angepisst. Was fehlt mir? Die Arbeiter. Na klar, wie immer. Also brauche ich... Cotton! Das möchte ich haben. Warenhaus, fehlen mir acht Arbeiter. Kommt gleich als nächstes dran. Und jetzt ist es so... Diese Wood Wall... ...hat... ...400. Das Doppelte hat ein Wood Tower. Wenn man zu viel Holz hat, könnte man... ...statt der Wall Tower setzen. Zumindest in gewissen Abständen. Aber das Problem ist... ...das kostet auch Gold. Das wäre eine unglaubliche Verschwendung. Und das wäre dumm. Jetzt müssen wir auf die Forschung warten. Ich muss weg. So. Ja, da kommt immer wieder was angeschessen. Da ist mir zu viel. , was ist es schon mal. Deine playedlemsen. Glockenzehn. Ich muss nicht... Ich kann. Zoffeln, was ist. Die Wallen sind unter anderem. Dann hast du schon. Er ist noch am fittesten und der geht jetzt mal vor. Was macht die Forschung? Er ist fertig geworden. Food, das heißt wir brauchen auch Farmen. In aushilfsweise werden wir jetzt noch ein paar Fischer setzen. Was macht die Schmerzen? Was macht die Schmerzen? Die Kolonie ist unter attacken. Wo? Wie hat sich denn einer da durchgeschlichen? Erklärt mir das mal einer. Wie kann sich denn da einer durch? Habe ich irgendwas übersehen? Eigentlich nicht. Gut. Da ging es auch nicht durch. Merkwürdig. So, okay. Ich kann es mit dem Turmbau weiter nach oben gehen. So, langsam. Also. Abgecreate haben wir. Jetzt will ich mich nach oben worteln. Um hier dicht zu machen. Um hier dicht zu machen. Und mit ein bisschen Wood können wir hier auch abbauen. Und zwar hier vielleicht. Aufbauen wir auch Mords Stein, ne? Da können wir vielleicht auch abbauen. So nebenbei gerade mal. Wir müssen auf das Holz warten. Und da hätte ich gesagt, ohne Scheiß jetzt. Wir hauen die nächste Produktion raus. Achter. Hier vorne will ich eher verteidigen. Sechser ist gar nichts. Das ist zu nah am anderen Sägewerk. Also entweder hier oben. Neuner. Zehner. Zehner. Besser als zehn ist hier nicht. Zwölfer. Sechser geht gar nicht. Zwölfer. Wir erhöhen die Schlagzahl. Und ich brauche noch vier Arbeiter. Das heißt, wir werden hier Arbeiter schaffen. Hier wollte ich was hinbauen, um noch ein bisschen Eisen zusätzlich abzubauen. Mal gucken, ob das was bringt. Oh, die sind schon abgedegradet. Das ist ja geil. Ähm. Na, was fehlt mir? Holz. Holz nicht mehr lange? Mit drei Sägewerken dürfte es ein bisschen besser laufen. Ja. 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 So, jetzt muss ich ein bisschen mit aufpassen. Das ist fertig. Das ist fertig. Das ist fertig. Ich... Reparieren. Äh. Wollte doch... Da habe ich... Wood hat gefehlt. Genau. Und wir haben jetzt das Sägewerk fertig. Dann müsste die nächste Holzproduktion dann auch wirklich was bringen. Holzproduktion ist durch. Ähm. Was wollte ich machen? Ah ja, genau. Drei Stein, zwei Eisen. Besser als nix. Weil da hätte ich das Eisen gleich mit. Das ist Gold hier. Ah ja, okay. Ach, hier unten die Steinproduktion. Okay. Zwei Stein, vier. Drei, zwei. Zwei, eins. Okay, 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 okay. Let's go. Feuer frei. Ups. Upsi, zu hoch gepokert. Und bei der Gelegenheit könnten wir jedenfalls drei neue produzieren. Oh, nee, oder nicht, mein Veteran. Habe ich ein bisschen zu sehr mit dem Feuer gespielt, glaube ich. Ach, Übermut. Von Westen kommt die 15er Rorde. Naja, die schauen wir uns in der nächsten Folge an, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da und die 15er Rorde an Tag 15, die werden wir uns in der nächsten Folge geben. Bis dahin, macht's gut und viel Spaß im Netz. Tschüss. 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 Tschüss.